Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Und was soll ich sagen? Die Position läuft. Wir wurden perfekt hier bei unserer XRP-Position von letzter Woche abgeholt. Es ist genauso gekommen, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Und die Position ist ordentlich im Plus. Jetzt schauen wir uns an, wie wir hier weiter fortfahren. Nehmen wir hier erste Profite. Wo kann uns jetzt diese Reise hinführen? Und gibt es möglicherweise bald eine Einigung zwischen der SEC und Ripple? Ja, es gibt ein neues Datum. Mal wieder. Es ist mal wieder soweit. Es gibt ein richtig krass neues Datum. Was auch nicht mehr weit in der Zukunft ist. Wenn ihr das hören wollt, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Derzeit findet auch eine geile Aktion bei New Eternal Live statt. Wie ihr wisst, betreue ich da ein bisschen auch das Projekt. Auch mit Videos etc. Und jetzt könnt ihr hier die Token billiger bekommen. Also schaut euch das auf jeden Fall gerne an. Ihr kriegt momentan ein ELT zu 20 US-Dollar. Das sind 20% hier Rabatt zum Black Friday. Und wenn ihr Ripple kaufen wollt oder traden wollt oder Stocks oder Forex etc. Meldet euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort kriegt ihr auf jeden Fall auch nochmal 10% lebenslang auf die Gebühren. So, und jetzt aber würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Und wie gesagt, XRP hat unsere Position wirklich perfekt von letzter Woche hier abgeholt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier eben unseren, wir gehen mal ganz kurz in 4 Stunden Timeframe. Sieht ein bisschen akkurater aus. Dass wir hier in unserer Bull Flag, in unserem abwärts basierten Trendkanal uns derzeit befinden. Aber wir hier unten noch dieses Golden Pocket haben. Und das hat der Kurs hier erst noch letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben, erst noch ganz, ganz knapp verfehlt. Und dann sind wir nochmal hochgekommen an die Oberkante. Das war auch in unserer Analyse auch nochmal drin. Seht ihr hier dann nochmal, das war so die Analyse. Und dann nochmal runter ins Golden Pocket. Und wir haben das Golden Pocket hier am 0.65er perfekt abgeholt. Ich habe ja gesagt, hier unten, wir sollten schon ein bisschen eher rein. Hier am 0.618er lieber ein bisschen vorher, weil ihr kennt es. Manchmal sind die FIP-Levels dann ein bisschen verkehrt herumgezogen etc. Aber hier hat Ripple es wirklich perfekt abgeholt. Und seitdem läuft unsere Long-Position wichtig auch. Das habe ich auch letzte Woche nochmal betont. Wir haben die Ineffizienz hier gefüllt. Wir haben den Vektor gefüllt. Wir haben eigentlich die wichtigsten Punkte hier jetzt erst einmal gefüllt. Das Golden Pocket ist getroffen und von hier aus haben wir einen Breakout bekommen. Aber, und das ist jetzt das große Aber, ich würde hier an eurer Stelle langsam die ersten Profite nehmen. Warum? Wenn wir jetzt mal hier von der Oberkante reingehen, sagen wir, okay, wir haben jetzt schon 6,65% Profite gemacht. Mit Hebel. Ich sage immer so 3-7x-Hebel. Nehmt hier schon mal die ersten 25% auf jeden Fall raus. Weil, erstens, die Aufwärtsbewegung, die jetzt hier gefolgt ist, seht ihr hier unten, sehr, sehr wenig Handelsvolumen. Also das gefällt mir eigentlich gar nicht. Die Reaktion hier unten, absolut gut. Golden Pocket reagiert. Breakout aus unserem eben abwärtsgerichteten Trendkanal. Schön und gut. Aber, wie gesagt, die Impulsivität. Und, eben, noch kein höheres Hoch. Das fehlt uns derzeit noch. Deswegen sind wir hier an einem signifikanten Widerstandsbereich. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall an eurer Stelle jetzt auch erst einmal 25% rausnehmen. Die restlichen 75% lassen wir erst einmal laufen noch. Und können dann warten, nochmal ganz kurz hier die Prozenttafel. Bis wir hier oben ungefähr bei 0,6455 bis knapp 0,65 US-Dollar sind. Das sind so die nächsten Preisbereiche. Warum? Weil hier oben die nächste Supply-Zone einfach ist. Also hier sind die nächsten Widerstandszonen. Und jetzt ziehen wir uns noch ganz kurz das FIP-Level von unserem High bis zu unserem derzeitigen Low. Ja, da oben nicht ganz. So, so passt. Und dann wäre der dritte Take-Profit hier oben bei knapp 0,68 US-Dollar. Das wäre dann ungefähr von unserem Tief aus, auch ohne Hebel, lockere, easy, knapp 16%, die wir hier gemacht hätten mit Hebel. Natürlich, dann sage ich jetzt einfach mal mit einem Dreierhebel wären wir hier bei knapp 45%. Also wirklich momentan besser Trade, würde ich sagen. Der momentan hier läuft. Perfekter Entry hier. Aber wie gesagt, Profite einmal hier nehmen. Einmal dann hier oben noch bei knapp 0,6455. Wegen den Supply-Zone, kurz vor dem 0,5er 400 Retracement Level. Und dann eben hier oben am Golden Pocket. Je nachdem, wie eben diese Impulsbewegung dann jetzt noch aussehen sollte, sollten wir hier komplett mit einem Impuls nach oben hindurch schrattern. Würde ich hier erstmal keine Profite nehmen. Das heißt, jetzt manuell Profite nehmen, dann abwarten, wie reagiert der Kurs hier oben. Kriegt er hier ein bisschen Schwierigkeiten. Dann die nächsten 25% rausnehmen. Sollte dann hier oben eine fette Candle nach oben hin stoßen, weil wir eben hier auch noch diese Ineffizienz hier oben zu füllen haben. Ohne diesen langen Docht. Dann würde ich hier sogar noch ein bisschen warten, weil dann könnte es sein, dass wir hier komplett nach oben hindurch ballern. Aber momentan, wie gesagt, fehlt mir ein bisschen das Volumina und mir fehlt die Impulsivität hier bei XRP. Da fehlt einfach momentan ein bisschen was. Liegt natürlich auch daran, wie gesagt, Black Friday in den USA. Gestern war da Feiertag. Die Krypto-Stock-Märkte. Alles liegt momentan so ein bisschen brach. Es ist ziemlich ruhig geworden. Also hier gilt es ein bisschen aufzupassen derzeit. So, jetzt habe ich euch aber auch noch ein Datum versprochen. Und zwar am 30. November findet ein nicht-öffentliches Meeting zwischen der SEC und Ripple statt. Die Mitteilung sorgt dafür, positive Aufruhr in den sozialen Medien steht eine Einigung kurz bevor. Hier die wichtigsten Daten und Fakten. Es wird gar nichts passieren. Ganz ehrlich, wie viele Daten haben wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder gehört? Ich glaube, diesen Monat sollte es schon der 9. November sein. Letzten Monat war es, glaube ich, diese komische XRP-Party, die kompletter Scam war. Jeder wurde wieder in Position reingeloggt und es ist nichts passiert. Also scheißt einfach auf die News. Wenn es kommt, dann kommt es. Ganz ehrlich, ihr könnt es eh nicht ändern. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist akkumulieren. Chart-Analyse funktioniert hier perfekt. Habt ihr jetzt gesehen. Und ansonsten haltet euch weniger mit News auf. Wenn ihr an dieses Projekt glaubt, dann glaubt ihr dran. Dann habt ihr schon investiert. Aber lasst euch nicht FOMO treiben wegen irgendwelchen News. Das nur noch mal so ganz kurz zu meiner Seite. Ansonsten, wie gesagt, Analyse steht. Das ist jetzt unser Plan. Sollten wir hier drunter fallen unter das Golden Pocket. Ja. Dann müssen wir hier nochmal Richtung 048 runterstehen. Aber wie gesagt, das ist es für dieses Video. Das können wir uns vielleicht nächste Woche anschauen, wenn wir ein bisschen mehr wissen. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe auf jeden Fall joinen. Und ja, auch gerne hier die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer wünsche euch einen schönen Black Friday. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, ja, entspannten Start ins Wochenende. Wir hören uns dann auf jeden Fall, ja, morgen wieder. Beziehungsweise, wenn ihr nur auf XRP steht, dann auf jeden Fall nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay good.